Hey, zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute gibt es die Auflösung zum Giveaway am 11. Mai. Die Gewinne habe ich ermittelt. Angeboten wurde ja vier von den Randsticker, bzw. Randskin für den iPad 1 und zwei Stück für den iPhone 4. Allerdings habe ich ein Problem. Irgendwie... Jo, Facebook ist gut jetzt. Irgendwie habe ich es geschafft, drei von den iPad-Skins zu verschlampen. Ich habe echt keine Ahnung, wo die sind. Eins habe ich hier noch, das rote. Die anderen, ich werde danach suchen und dann wahrscheinlich nochmal verlosen. Es tut mir echt leid, irgendwie. Keine Ahnung. Immerhin habe ich noch die drei und das ist ja nicht mein letztes Giveaway. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Erstmal danke für die ganzen Antworten, wie oft ich ungefähr... So, was eure Vorstellungen sind, wie oft ich ein Video ungefähr hochladen sollte. Letzte Woche habe ich es geschafft, zwei oder drei Stück hochzuladen. Diese Woche ist das jetzt mein erstes. Das nächste kommt sofort. Und ja, erstmal dickes Dankschön an allen Teilnehmer. 65 Kommentare gab es. Ich habe ausgelost per random.org. Und die Gewinner heißen... Max, Let's Play, Ice TV TV und LP, Dabura Fan. Also, die seht ihr jetzt eingeblendet. Bitte meldet euch bis spätestens Freitags, dass ich diese Woche alles noch abschicken kann. Schickt mir eine PN per... Äh, per... Ja, genau. Eine PN. Und zwar mit eurer Adresse. Und dann wird es direkt zu euch verschickt. Was ihr bekommt... Also, ich habe einen iPad-Sticker und zwei iPhone-4-Sticker. Ich würde mal sagen, ähm... Schreibt mir am besten, was ihr Airbrauch brauchen könntet. Wenn es drei mit iPhone-Sticker kommt, dann werde ich es per Zufall schicken. Wenn ich gerade Glück habe und einer von euch hat ein iPad, die anderen zwei iPhone-4, werde ich natürlich es versuchen, fair abzuschicken. Ansonsten per... Ja, real-life-random-hook. Ne, ich werde es dann... Ich werde mal gucken, wie ich es hinkriege. Am besten, ihr schreibt mir, was für ein Gerät ihr habt. Wenn ihr beides habt, umso besser. Dann kann ich euch je nachdem was zuschicken. Und ansonsten, ja, Adresse. Und das war es eigentlich auch schon. Und das nächste Video kommt auch schon direkt morgen. Das ist ein schönes Spiel, werdet ihr dann sehen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und ihr... Ihr hört mich noch. Macht's gut, ciao.